HR3 at Night. 50 Acts an 20 Orten in ganz Frankfurt. Da darf die Kammerphilharmonie Frankfurt nicht fehlen. Im Einkaufszentrum Mai Zeil bieten die jungen Musiker mit dem DJ Matthias Vogt und dem Jazz-Klarinetisten Oliver Leicht ein außergewöhnliches Musikerlebnis. Die Kammerphilharmoniker entwickeln immer wieder Projekte, mit denen sie klassische Musik einem breiten Publikum zugänglich machen und neue Wege ergründen, ihre Begeisterung für die Musik auf die Bühne zu bringen. Aus der Sinfonia in E von Carl Philipp Emanuel Bach, improvisierten Klarinetten-Sounds und House Music Beats entstand eine bisher ungehörte Klangfusion. Zahlreiche Besucher waren begeistert von einem Konzert der anderen Art über den Dächern Frankfurts. Es war was ganz Neues, was Interessantes. Also ich fand das total passend und stimmig. Es hat einfach super miteinander harmoniert. Also ich war gerne hier. Ja, cooles Experiment. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand das ganz toll, diese Kombination aus dieser klassischen Musik und der Hausmusik. Ich fand das ganz toll, diese Kombination aus dieser klassischen Musik. Ich fand das ganz toll, diese Kombination aus dieser klassischen Musik.